Kürzlich haben wir Ihnen gezeigt, was passiert, wenn man einen Elch in Schweden beleidigt. Waddis, redest du mit mir? Komm her, du Scheiße! Ich muliere die Fresse! Ich mach dich Platz, du Dreckslappe! Ein Einzelfall? Nein, es häufen sich ähnliche Meldungen. Auch in der Tierwelt gibt es viele Trittbrettfahrer. Jungs, das Beispiel, ein Jäger hat außerhalb der Jagdsaison einen Hirsch beleidigt. Du Eimer Scheiße, mach's mich an! Du Wixer, ich mach Jägerschitzel aus dir! Bleib hier! Ich weiß wohl, wo du wohnst, Mann! Ich zertrampfe deine Frau, dein Haus, dein Auto! Ich zertrampfe dein gottsverdammtes Leben! Ja, er ist große Klappe und jetzt willst du abhauen? Ich schlag dich kaputt!